. Philippe. Und der Sänger, ganz gefährlich. Wenn der Sänger eine Chance hat, dann macht er sie. 1 zu 0 für Lugan. Ja, das ist klar, eine solche Chance lässt er sich nicht. Man sieht, dass es hier noch ein ist. Er geht aufs Goal. Er droht an, wird abgelockt. Und dann steht der Sänger ganz alleine da. Und für Petri Elé absolut kein Schal. Antoine Rey, der Goalschütz. Guter Doppelpass, wieder Rey. Kein Offside-Position, 3 zu 0. Das Sänger. Hervorragend gespielt von Antoine Rey. Der Doppelpass, das Auge für die Tiefe. Aber der Sänger, der aufs Goal macht, natürlich super gelaufen von ihm. Und die Chance lässt sich nicht gehen, um hier den Jeli auszuspielen und dann über die leere Linie zu spielen. Hier ein super gespielt von Antoine Rey. Dann direkt runtergespielt in die Tiefe. Wahrscheinlich, sage ich jetzt mal aus unserer Sicht, im richtigen Moment gestartet, nicht im Offside gestanden. Hervorragend das Goal geschossen. Und das ist der siebte Treffer in dieser Saison vom Argentinier. Dante-Adrian Sänger. Und das ist der siebte Stre ay çok鬧. Gute Aus lawsuits. 3, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1.